Leute, entschuldigt mich, ihr seht schon, ich bin ein bisschen weiter, weil meine Aufnahme immer als 15 Minuten war und ich darf nicht mehr als 15 Minuten aufnehmen, leider. Und ja, schlecht ausgegangen, aber gern. Ja, heute ist wieder der Tumor vorbei. Hi, Leute. Und heute versuchen wir eine Magie-Truhe zu bekommen. Uh, Magie-Truhe. Klar, ich bin da. Geht das? Ich bin nicht sicher. Doch, okay. Oh, okay, dann. Viel Glück, Ali. Ich bin ein bisschen spikativ. Ich bin ein bisschen. Okay, hier geht sofort raus. Wie du meinst. Okay, weiter gehen. Okay. Scheiße, hat ein Baby getroffen. Ich bin ein bisschen. Ich bin nicht husker. Wer macht den? Ich bin ein jeder. Ich bin einigesoria tut und ich brauche. m m m m m und 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 er er die Burg schützen ja das war gut das war gut das war gut ja wir haben ihn Ja 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 Ja, er kann durchkommen. Ich kann nicht, wo er ist. Oh mein Gott. Ja. Noch eine Hexe. Gut. Noch eine Muskete hier hin. Tempo, du hast einen Pekka und einen Spiegel. Und du bekommst runter den Spiegel. Pekka und Spiegel. Ja, der Muskel. Nee, dann kommt der jetzt schon sehr viel. Ja, aber wenn ich die Truhe bekommst. Okay. Mini Pekka und einen Spiegel. Nein, in der Maße. Oh. Okay. Ja. Und der ist... Down. Ja, was ist das Gold-Truhe, Gold-Truhe? Nee, Silbertruhe. Oh. Okay. Ja. Viel besser als Geholztruhe. Nein, also. Hm. Okay. Viel besser als Geholztruhe. Hm. Viel besser als Geholztruhe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Leute, wir... Wir versuchen jetzt... Ohne dass der andere unsere Tonschein macht. Hm. Oh, 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 oh. Der ist gut, der ist gut. Oh Gott. Das sieht sehr gut ausgeb ranchisch aus. Okay. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, er hat auch die Hexen. Nein, warum? Oh, scheiße. Alter. Alter, Alter. Ja, wir haben noch Zeit. Alter, dieser Feuerball ist so mega. Doch. Aber es ist gut, wenn du ihn hast. Schreibt euch in den Kommentar, ob er aus GamerPro HD etwas mit Slither.io Videos machen soll. Ich mache schon Slither.io Videos. Ich habe schon darüber ein Video gemacht. Schreibt euch in den Kommentar, was für Videos er machen soll. Ja, also was für Spiele. Ja, Leute, ich glaube, wir verlieren. Aber das macht gar nichts. Weil das ja eigentlich nur ein Spiel ist. Irgendwie muss ich deine Zahn schliessen. Ja, den dritten Ton kriegst du nicht. Nee, den verdienten Ton kriegst du nicht. Okay? Ja. 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 Gutes Spiel. Ja. Ja, danke. Okay. Und ja, Leute, wir sind am Ende angekommen. Entschuldigung, dass die Folge nur fünf Minuten ist. Oder sechs. Sieben Minuten. Oh. Oh. Okay, dass sie nur sieben Minuten ist. Ja, ich habe euch schon gesagt. Ich kann nur fünfzehn Minuten aufnehmen. Ja. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und... Tschüss meine lieben Freunde. Bis morgen. Ciao. Ciao.